Hallo, ich heiße Karl-Heinz Rieger, bin 62 Jahre alt, bin verheiratet, habe drei Kinder. Ich bin gebürtiger Wasserburger, bin auch hier ins Lultpold-Gymnasium gegangen und habe Abitur gemacht und seit 1995 wohne ich in der Stadt. Ich war hier lange Jahre Lehrer an der Mittelschule Masserburg und zuletzt als Konrektor tätig, bevor ich 2005 die Schulleitung in der Grund- und Mittelschule Eiselfing übernommen habe. Ehrenamtlich bin ich seit Jahren im sozialen Bereich tätig, vor allen Dingen hier auch beim Wunschbaum e.V. Ansonsten fotografiere ich für das Stadtarchiv und die evangelische Kirchengemeinde und bin für die örtliche Presse hier als freier Mitarbeiter tätig. Masserburg selbst liegt mir am Herzen, weil hier Zukunft und Vergangenheit zusammentreffen, die sich auch weiter miteinander entwickeln sollten. Ich möchte zumindest was soziale, schulische Probleme betrifft oder die Inklusion hier meinen Beitrag leisten und auch zusammenhelfen mit anderen, dass die kulturellen Einrichtungen hier vor Ort gestärkt sind. Ich kandidiere für die Grünen auf Listenplatz 11 für die Stadt und auf Listenplatz 10 für den Kreis.